Na gut, wenn ich mich damit richtig vertraut mache, Leute, dann wird das auch bei mir besser laufen. Das verspreche ich euch. Mit diesem ganzen Sensor-Scheiß. Das ist ja wirklich zum Kotzen. Jetzt müssen wir da nach oben und dann nach links. Oder wir gehen einfach durch die Mitte. Ja, dann können wir auch durch. Wir gehen jetzt nach links, dann nach rechts und dann einfach gerade durch. Denn da ist auch noch ein Save-Point. Wenn da einer ist, ich weiß es nicht genau. Wir haben hier irgendwo Bewegung. Kommt die näher? Nein. Komm, lass uns doch endlich mal in Ruhe. Kannst du nicht woanders hingehen? Ja. Oh, es läuft. Jetzt nach links, dann nach rechts. Oh, Leute. Es ist unten. Es kommt. Es kommt. Es hört auch, wenn wir durch Türen gehen. Also es ist ziemlich schlau. Ich warte da lieber noch. Ich muss mich wirklich noch mit dem Sensor vertraut machen. Und so, jetzt gehen wir nach links und dann nach rechts, Leute. Und so, jetzt gehen wir nach rechts. Oh, ich bin. Ah. Oh, ja. Oh, ja. So, und dann geradezu. Das ist so ein Nervenkitzel jetzt, ohne Scheiß, ne? Ich hab ne Tür gehört. Ach nee, es war unsere Tür. Wir safen mal ab. Ich tue es mir auch wirklich schwer, dieses Spiel zu spielen. Also, ich gebe das offen und ehrlich zu. Jedes Mal, äh, also was heißt jedes Mal? Aber wenn ich mir sage, okay, jetzt spielst du mal A in Isolation, zieh ich das dann doch manchmal wieder zurück und denk so, okay, dann spielst du morgen A in Isolation. Also, bei mir ist das wirklich ne absolute Nervenkitzelsache. Ich glaub, wir können hier durch, ja? Okay. Den Kartenabschnitt haben wir jetzt nicht. Hoffentlich ist es nicht in der Nähe. Gut, wir können hier geradeaus und dann nach rechts und dann müssen wir irgendwann auch bei diesem... ich sag jetzt mal It's Cool Man-Typ hier sein. Ja, ist es wirklich Vorsicht geboten? Keine Ahnung. Vielleicht sollte ich jetzt einfach mal es riskieren und rennen. Okay, wir sind da, oder? Ich mach mal hier zu. Kann man die Scheiße nicht zumachen? Nein, man kann den Notfallschalter nicht drücken. Egal, Leute. Ich ducke mich wieder. Verdammt, Cool Man! Sie wussten, dass dieses Ding hier ist! Das ist unfair! Ich war mir nicht sicher, ob es dort ist. Und jetzt den Zugangscode! 1702! Zufrieden? Jetzt lassen Sie uns zur Arzneiausgabe gehen! Natürlich, natürlich! Versprochen ist versprochen! Bitte entschuldigen Sie mein Verhalten! Ja! Ich gehe in den anderen Raum und gebe den Code ein, um den Lift zu aktivieren. Dann können wir die Schlüsselkarte Mann, ja, komm, mach mal jetzt hier. Hallo! Ich habe ein Xenon auf einer meiner Arschbacke kleben. Meine Güte, der ist ja schlimmer als meine Mutter. Die sappelt auch immer so viel, wenn der Tag lang ist. Mach mal schneller hier. Komm! Sieh mal zu! Jetzt gib mal Dampf hier! Ich will weiter! Ich gucke schon überall. So! Ich sammle meine Sachen und dann können wir los. Ja, dann mach mal jetzt hier. Meine Güte, du! Wollen wir noch eine Runde Halligalli spielen? Oder Uno? Ach, du Scheiße! Ach, du Scheiße! Okay, Leute. Roland? Oh, es kommt! Es kommt! Es kommt! Okay. Geht ja. Auf Wiedersehen. Du hast eine Trophäe erhalten. Wie fühlen sie sich? Beschissen. Sehr beschissen. Ich weiß, es hat jetzt wieder ewig gedauert, weil ich da noch übelst gekämpft habe, aber lieber übelst campen als sterben. Wenigstens bin ich nicht mehr gestorben, ja? Wenigstens das. Also danke nochmal für die Tipps, die ihr mir in den Kommentaren hinterlasst. Übrigens, das mit der Facecam, das geht derzeit nicht anders. Also ich habe da auch schon einen Kommentar bekommen. Ich habe kein LED-Licht mehr an der Decke. Wegen der Helligkeit. Und da muss ich mir noch was überlegen. Also ich muss mal schauen. Ansonsten neue Kamera, ne? Aber... Naja. Ich bin nicht so geil jetzt da drauf. Ich habe jetzt hier... Ach, du Scheiße! Ich bin safe. Gut, Leute. Ich weiß nicht so recht, ob wir weitermachen werden. Ich werde noch kurz weitermachen. Und wenn es mir too much wird, ist dieser Part heute beendet. Ich bin ja schon froh, dass wir es hierher geschafft haben. Ganz ehrlich. Ohne nochmal abzunippeln. Da können wir nicht rein, oder? Nein, da können wir nicht rein. Tür verschlossen. War ja klar. Komm. Oh. Was war das? Ach, du Kacke. Es ist hier irgendwo. Boah. Alter. Voll der Strange Terror. Wir müssen jetzt... Irgendwo da lang. Keine Ahnung wohin. Finden sie... ...ein Medikit. Ich habe Medikits. Kann ich die nicht einfach auch bei denen verwenden? Oh, da geht es auch nicht lang. Was ist das hier? Elektroschock. Oh, sei doch nicht so laut, Mädel. Ganz ehrlich. Okay, Leute. Es könnte jetzt hier runterkommen. Wäre nicht... Wäre eine ziemlich schlechte Sache. Hier kommen wir auch nicht durch. Oh. Geh doch mal in die Ecke, Mensch. So. Dann müssen wir da lang. Und dann irgendwo weiter. Keine Ahnung. Ich muss ein Medikit finden. Oder wir gehen jetzt da rein. Da können wir auch rein, Leute. Weil da kommen wir auch nicht durch, oder? Da ist eine Tür. So. Ja, komm. Einmal... Sollst du jetzt mal aufs Terminal zugreifen? Ihr müsst schnell lesen. Ich drücke jetzt einfach. Ich habe jetzt keine Zeit dafür. Da ist nix. Da ist auch nix. Okay. Weg hier wieder. Und hier drunter. Mal gucken, was der Sensor uns sagt. Die Mistmade ist weiterhin oben. Wenigstens kommt sie nicht gerade runter. Okay. Wo lang nun? Da können wir nichts machen. Gesperrt? Oh. Okay, da benötigen wir was. Die Kartusche... Können wir nicht nehmen. Oh. Irgendwas, wo die... Wir haben gerade vereist, Leute. Okay, es geht irgendwo anders hin. Ich denke mal, das Ganze wird hier steril gemacht. Aber uns fehlt irgendwie ein Kühlkörper für den hier. Vielleicht müssen wir den hier organisieren. Hier funktioniert jedenfalls... Nichts mehr? Meine Güte, ey. Ist das geil. Aber auch so nervenlastig, ne? Vielleicht kann ich ja hier irgendwo noch was finden. Ich muss ja ein Medikit finden. Hier kann ich mich nur verstecken. Ah, da vielleicht? Nein, geht auch nichts. Ja, Leute. Was soll ich jetzt hier machen? Soll ich mir jetzt hier am Daumen lutschen? Ich denke mal, ich soll raus und dann... ... jeweils in den linken und rechten Bereich rein. Ja, komm. Geh mal weiter wandern. Meine Güte, du. Kauf dir einen Toppass oder weiß ich was. Ein Knoppers. Ein Frühstückchen. Hier sind nur Leichen. Ja komm, hast du noch was dabei? Nein? Siehst aber auch nicht gesund aus. Oh, und du auch nicht. Ein leichtes Problem. Kann man sich vielleicht da drin verstecken, da wo die Leichen drin liegen? Nein. Okay, ganz ruhig, Silbo. Ganz ruhig bleiben. Ich mache mir viel zu sehr Panik um nichts, Leute. Jetzt können wir da rein. Und da drin ist bestimmt das Medi-Kit. Unser Freund kommt plötzlich mit rasanter Geschwindigkeit. Und geht er wieder? Oh. Ist weg. So, Leute. Ich darf mich jetzt nicht irritieren lassen. Scheiß drauf. Wir gehen weiter. Oh, da ist auch noch was zum rausholen. Egal. Wir gehen erstmal weiter. Wir müssen hier echt aufpassen. Okay. Hier ist aber auch nischt. Neuferkabel. Schachtzugang? Samuels? Da ist eine Dr. Lingard, leitende medizinische Offizierin. In ihrem Büro sollten sie herausfinden können, wo hier alles gelagert wird. Schenkrück-Rplain. Behalten Sie sich. Oh, da ist es. Da ist es. Alter Falter. Du machst mir ja Sorgen. Scheiße, Leute. Was soll ich denn jetzt machen? Es ist direkt da. Und jetzt muss ich irgendwo da hinten hin. Am Arsch der Welt. Ach du Kacke. Es kommt da jetzt hier rein. Leute, 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 Leute. Ich save jetzt das Ding erstmal ab. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Okay. So. Wir sollen irgendwie... Ja. Durchsuchen Sie... was steht da ja keine ahnung keine ahnung leute ich habe kein plan ich weiß nicht wo wir jetzt genau hin müssen müssen wir wieder hier rein ich gehe da nicht noch mal durch ich gehe nicht noch mal in diese station das könnt ihr euch abschminken dann lasse ich mich gleich lieber töten und nehmen noch hier was mit nichts mit hör doch mal auf warum ärgerst du mich so ich möchte das nicht ich möchte das nicht wir müssen irgendwie da lang heute mir ist das alles scheißegal wir gehen jetzt da lang und da drin ist haben wir arschkarte gezogen da bleibt mal ruhig wirklich ja bei diesem spiel muss man wirklich mehr geduld haben weil ich ja auch manchmal wirklich 20 jahre lang dann irgendwo von a nach b mich hinstelle ich muss dann mal ein bisschen zügiger arbeiten das weiß ich auch aber das ist mal so leicht gesagt ich möchte gar nicht versorgt werden ich möchte abhauen okay inventar voll gucken wir mal drauf wir müssen jetzt irgendwie da lang hinter uns hinter uns leute gehen wir hier rein tja oh komm schon wo ist es wo geht es denn da wieder hin also dieses game ist wirklich so umfangreich jetzt ohne mist ne weil man hier wirklich überall hingehen kann leute man kann hier sowas von viele wege nehmen muss ich jetzt da rein und vielleicht da lang nein da ist auch nichts ich mache hier was mit an ist ja voll ach leute das macht mich alles voll curry ne ok wir müssen hier nach rechts oh da ist ein safe point alles klar die karte mitnehmen sieht ein bisschen aus wie dr molly's büro das hat mich auch